Die Welt wurde als Zuflucht vor dem Krieg zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen geschaffen. Doch stattdessen wurde sie nur zu einem weiteren Schauplatz dieses ewigen Konflikts. Ein Geheimbund namens Horadrim hat die Sterblichen beschützt. Doch nun ist dieser einst mächtige Orden nur noch ein Schatten seiner selbst. Und die uralten Schöpfer Sanktuarios sind zurückgekehrt, um die Herzen der Menschheit für sich zu beanspruchen. Dies ist die Geschichte ihres Niedergangs. Wie geht es? Er... 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 Musik 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 Ich sollte mir eine bessere Zuflucht suchen, bevor ich erfriere. Musik 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 Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Musik 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 Das war's für heute. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Eine weitere verlassene Stadt. Dämonen. Überall. Reißzähne in der Dunkelheit. Er hat mich gebissen. Vorsicht! Er ist wild! Was geht es euch ja? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderer. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorfen und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen! Aus den Ruinen! Töten uns alle! Töten uns alle! Ruin? Wovon redet er? Kommt! Ich erkläre es euch. Etwas Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Damit seid ihr sicher. Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Nicht, dass es ausgeht. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Das Böse in diesen Ruinen ist ein Affront gegen die Natur. Ich werde die Dinge bereinigen. Wirklich? Oh, vielen Dank! Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Lasst mich euch helfen. Wenn Dev mir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. Haha. Hm. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich bin noch nicht bereit. 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 Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. 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 Ich bin noch bereit. Das war's wahr. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Wahnsinnig. Das war's. Das war's. Das war's.